ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play die toll die toll bekommen ja geht das war natürlich heute weiter und was muss ich vorzeit ran verliehen hey wo sie mein mann was going there hey cj Hey, lass mich dich an Shook Fu, Ran Fa Li. Er ist die Red Gekko-Tang auf der West-Koast. Wie geht's dir? Al Ah Khong hat gesagt von Kowloon gesagt. Die Vietnams-Krime-Familie, die Da Nang-Boys, sind bereit, um in den USA zu gehen. Das kann erklären, dass die Trieade schrecklichen Angriff auf der Blutfeather-Triad. Da gibt es vielleicht ein paar Probleme. Der Herr Schiff würde eine Package beobachten. Ein Schwerger hat ihn in der Flugzeuge gelegt. Das ist die Sache wichtig. Oh, ich kann das tun. Er ist Trieade, ein Mountain-Boi? Nein, ein persönlicher Freund von mir. Und es ist weniger möglich, die Atenung der Da Nang-Boys zu ziehen. Okay. Danke für deinen Unterstützung. Oh, das Auto aus der Flughafen geraten. Oh, das Auto aus der Flughafen geraten. Ja, das Auto aus der Flughafen geraten. Wie sieht das Auto aus der Flughafen geraten? die straße untereinander mein mensch das war ich fast klar ich bin richtig Nein, ich bin zurück. Das ist mir doch noch ein scheiß Motorrad. Polizeimotorrad in die Karre knallt. So, dann fahren wir hier links. Oh, meine Güte. Aber sie bleibt doch ein paar Stunden da stehen. Okay. Ich sehe da unten nur noch. Okay. Zumindest gerade hat es sich egal, dass ich in die falsche Richtung gefahre. Und das Wetter macht es nicht unbedingt einfacher. Oder das Auto. Jetzt müsste ich hier stehen eigentlich. Ja. Na super. Ja. 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 Boah, nimm doch deine Kackmühle da weg. Boah, leck mich doch am Arsch, Mann! Boah, leck mich doch am Arsch, Mann! Das hat ja voll getestetiert! Weil die mir nicht nur, du musst ja, nein, nein, du brauchst die nicht wegrahmen, um Gottes Willen, du rammst die nicht weg, nein, nein! Du schiebst die nur ein paar Meter weg! Warum auch? Scheiße, Mann, du rammst! Ah, fuck you two! So, dann müssen wir die ganze Kacke nochmal neu machen. Hey, Foozy, mein Mann. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shook Fu, Ran Fa Lee. He heads the red Gekko Tongue on the west coast. How you doing? Al A Khoong has sent word from Kowloon. The Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the blood feathered triad. Was ist denn heute hier los? Ah! Ah, 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 ah! 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 Get that gunshot! Ah! Goddamn gas! Ja, das war mir klar. Ja, ich fahre doch nicht, der springt mir vor die Karre. Wuuu, du musst wieder hinterher. Ey, der springt mir vor die Karre, sorry, lieber Alte, da verstehe ich manchmal nicht. Ich bin ein kleiner Barschator. Ich bin ein kleiner Barschator. Oh ja, nimm deine Kackmühle da mal weg, Mann. Ja, nimm deine Kackmühle. 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 Halt mal. Äh... Nein. So, dann machen wir die Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Begitärs San Andreas.